Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal KazimCranble und El Hikaru und zusammen gucken wir uns jetzt den Sänger Lubra an. Er hat ein neues Lied rausgebracht und zwar heißt es. Einmal im Text. Genau es heißt. Nishta ne pada sa neba. Und bin sehr gespannt. Ich habe gehört er singt da in verschiedenen Sprachen. Der Titel ist auf Bosnisch. Mal gucken wie das sein wird. Bin sehr gespannt wir haben schon mal zu ihm reagiert und ist ein richtig cooler Typ. Er ist talentiert. Fangen wir mal an. Er ist wirklich talentiert. Ohne Scheiß. Let's go. Er ist richtig Hänzen. Oh. Englisch. Ja. Oh. Er macht eine Lützung daraus. Ja. Ja. Okay. Das ist ein guter Beat. Vor allem ich finde diese Kulisse. Ja genau. Die sind richtig Hammer. Er kann auch wohl mit seiner Stimme umgehen. Ja ja. Das stimmt. Ich mache es so wenn er das Thiefs trinkt aber er kann auch hoch dringen. Das stimmt. Das ist richtig nice. Oh. Oh. Der ist auch da geworden. Der ist auch da geworden. Ich habe mich wohl gedreht. Da hat er wohl auf dem Sanctum geht. Ja. Der kann richtig hoch gehen. Also deine Stimme. Ja. Wow. Der kann richtig hoch gehen. Ja. Jetzt auch Spanisch so. Ja. Krass. Oh der Typ ist richtig krank. Ja. Das ist heftig. Er macht halt Musik und die Lehrer haben dann etwas davon. Ja genau. Ja genau. Ja. Ja genau. Ja genau. Ich könnte mein Leben nicht hoch sehen. nicht mehr. Nein. Krass. Krass. Cool. Cool. Ich fand deinen Mantel übrigens richtig nice. Ja. Nice, 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 gebt mir auf jeden Fall Like, wurde sogar auf Imperia hochgeladen. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare, falls ihr weitere Vorschläge habt, könnt ihr auch die gerne in die Kommentare schreiben, vergisst nicht ein Like da zu lassen und ein Abo und streamt auch das Lied von LuPro und dann würde ich auch sagen Dankeschön fürs Zuschauen, Hvala, Gracias, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video, bye bye. Cheerio. Ciao.